Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um den Zweck und die Funktionsweise des sogenannten Schutzpotentialausgleichs über die Haupterdungsschiene. Da der Schutzpotentialausgleich die sogenannte automatische Abschaltung ergänzt, möchte ich in diesem Bild zunächst einmal die automatische Abschaltung im TNCS-System bzw. im TT-System erläutern. Die automatische Abschaltung wird immer dann gefordert, wenn in einem dieser beiden Systeme ein vollkommener Körperschluss, so wie hier im Bild zu sehen, auftritt. Vollkommener Körperschluss heißt, dass es eine niederohmige Verbindung zwischen einem Außenleiter und einem geerdeten Körper gibt. In diesem Fall soll die Sicherung, hier dargestellt durch einen LS-16A Automaten, innerhalb von 0,4 Sekunden im TNCS-System bzw. innerhalb von 0,2 Sekunden im TT-System abschalten. Auf den Einsatz einer RCD verzichte ich in diesem Bild, da durchaus auch in Neuanlagen noch Stromkreise vorkommen können, die nicht durch eine RCD geschützt sind. Man denke dabei z.B. an Warmwasserbereitung. Die Abschaltung der Sicherung in diesem Fehlerfall wird dadurch bewirkt, dass über diese niederohmige Fehlerstelle und den Schutzleiter der spannungserzeugende Stromkreis geschlossen wird und somit ein sehr großer Strom zum Fließen kommt, der die Sicherung sicher innerhalb dieser geforderten Abschaltzeit zum Auslösen bringt. Tatsächlich ist es aber nun so, dass innerhalb dieser 0,4 Sekunden bzw. 0,2 Sekunden der Körper gegenüber Erde natürlich eine nennenswerte Spannung annimmt. Im TNCS-System sind das etwa 115 Volt, die hier auftreten können. Im TT-System können das bis zu 200 Volt sein. Im TT-System kann die Spannung des Körpers gegenüber Erde größer sein als im TNCS-System, da der Körper im TT-System zwar über den Schutzleiter mit der Erde verbunden ist und über den Anlagenerder, jedoch nicht über diese Stelle, die im TT-System nicht existiert. Und somit ist die Verbindung des Körpers zur Erde hoch Omega als im TNCS-System und daher kann er auch eine höhere Spannung annimmt. Da aber nun der Körper gegenüber Erde diese Spannung annimmt innerhalb der geforderten Abschaltzeit, bedeutet das, dass dieser Körper auch gegenüber solchen Teilen diese Spannung annimmt, die gut mit dem Erdreich verbunden sind, wie zum Beispiel leitfähige, kupfernde Wasserrohre. Die Potentialdifferenz besteht also nicht nur vom Körper gegenüber Erde, sondern auch vom Körper gegenüber leitfähigen Teilen, die gut mit dem Erdreich verbunden sind. Wenn nun ein Mensch genau diese Strecke überbrückt, und das ist ja durchaus wahrscheinlich, denn warum sollte der Mensch nicht ein Körper und andere metallene Gegenstände im Haus gleichzeitig berühren, überbrückt dieser Mensch natürlich genau diese Spannung. Das heißt, es kommt über sein Herz ein Strom zum Fließen und es tritt unmittelbar eine Lebensgefahr auf. Das gilt, obwohl diese Abschaltzeiten ja recht kurz angesetzt sind und wir hier davon ausgehen, dass tatsächlich die Sicherung diese Abschaltzeiten auch gewährleistet. Trotzdem besteht ja eine unmittelbare Gefahr für den Menschen, da der Strom möglicherweise übers Herz fließt. Wie kann man diese Potentialdifferenz zwischen Körper und diesen metallenen Teilen nun herabsetzen? Um die Spannung zwischen diesem Körper und der Metallkonstruktion herabzusetzen, werden beide nun elektrisch miteinander verbunden. Und genau das geschieht über den Schutzpotentialausgleichleiter, der hier mit der Hauptpotentialausgleichschiene verbunden ist. Da der Schutzleiter ebenfalls mit dieser Potentialausgleichschiene verbunden ist, über diese Strecke, habe ich nun eine weitere elektrische Verbindung zwischen dieser Metallkonstruktion und dem Körper. Dadurch wird die Spannung zwischen dem Körper und dieser Metallkonstruktion herabgesetzt. Wie wir gleich aber noch genauer sehen werden, werden da nicht etwa Werte von 0V erreicht, obwohl ja diese Verbindung recht niederohmig ist, sondern es sind tatsächlich Spannungen in der Höhe von etwa 80V realistisch. Auf jeden Fall im TNCS-System können wir sicher sein, dass die Spannungen deutlich unter 115V gedrückt werden. Und auch im TT-System darf man nun annehmen, dass die zunächst erreichbaren 200V erheblich kleiner werden. Und das gilt eben auch innerhalb dieser Zeiten, in der die Abschaltung durch die Sicherung bzw. eine RCD noch nicht vollzogen worden ist. Um die Spannungsverhältnisse in diesem System noch etwas genauer darzulegen, habe ich nun Widerstände eingezeichnet für die wesentlichen Leitungen. Einen Widerstand hier im Außenleiter L3, der bis zum Verbraucher führt. Einen weiteren Widerstand auf der Strecke der Schutzleiters bis zur Hauptpotential- Ausgleichsschiene. Einen Widerstand in der vierten Leitung, die in das Gebäude führt. Hier im Falle eines TNCS-Systems ist das der PIN-Leiter und einen Widerstand für den Potential-Ausgleichsleiter. In diesem Bild habe ich nun das Ersatzschaltbild dieser vier Leitungen gezeichnet, allerdings ohne den Schutzpotential- Ausgleichsleiter. Wenn ich nun annehme, dass diese beiden Widerstände parallel zusammen etwa den gleichen Widerstandswert haben, wie die restliche Leitung, die zum Verbraucher führt, so teilt sich die Spannung von 230 Volt gleichmäßig auf diese beiden Strecken auf und es ist mit einer Spannung von 115 Volt des Körpers gegenüber Erde zu rechnen. Und genau hier setzt nun der Schutzpotential-Ausgleich an, indem der Schutzpotential-Ausgleich eingebracht wird, der nun selber auch wiederum einen Widerstand hat, wird die Spannung, die nun zuvor 115 Volt betragen hat, überbrückt und sinkt nun auf Werte, die etwa bei 80 Volt liegen dürften. Und somit wird die ganze Sache zumindest ein gutes Stück ungefährlicher. Dass hier weiterhin 80 Volt bestehen, obwohl dieser Widerstand niederohmig ist, liegt daran, dass auch diese Widerstände insgesamt sehr niederohmig sind. Mit der Haupterdungsschiene müssen in Deutschland folgende Teile der Elektroinstallation verbunden werden, und zwar die Schutzleiter, die sich im Gebäude befinden, Schutzleiter, die von außen in das Gebäude eingeführt werden. Das können natürlich nur solche Leitungen sein, die sich in einem TN-System befinden, da im TT-System kein Schutzleiter ins Haus eingeführt wird. Außerdem müssen leitfähige Teile, die das Erdpotential von außen einführen können, mit der Haupterdungsschiene verbunden werden. Das können sein Fundamenterder, metallene Rohrleitungen, metallene Kabelmäntel, wobei hier eine Abstimmung mit dem Eigentümer über die Erdungsverhältnisse herbeigeführt werden muss. Das können Betonbewährungen sein, falls es möglich ist, die dort einzubeziehen. Und das können alle weiteren metallenen Gebäudekonstruktionen sein. Im Detail ist das Ganze natürlich durch die entsprechenden Vorschriften gedeckt und muss da natürlich auch genau nachgelesen werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video vernünftig darlegen, warum der Schutzpotentialausgleich die Spannung des Körpers gegenüber Metallkonstruktionen herabsetzt. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.